Moin, hier ist wieder Klaus. Ja, ich will euch heute mal zeigen, was ich in meinem Maxpedition Organizer drin habe. Das ist die Fetty Version. Ja, 20 mal 14 ungefähr von den Abmessungen. Also passt eigentlich in jeden Rucksack rein. Ja, jetzt will ich mal gucken, was das Ding wiegt. Ja, 0 Gramm. Das kann man also verschmerzen. Spaß beiseite. Natürlich erst mal das Ding runternehmen müssen. Es wiegt 529 Gramm. Klingt jetzt erstmal viel, aber im Rucksack, finde ich, merkt man das nicht unbedingt. Jetzt zeige ich mal, was da alles drin ist. Erstmal sind hier 20 Mark drin. Vielleicht, wenn man mal irgendwie unterwegs essen gehen muss oder sich mal Batterien kaufen muss, kann man immer gebrauchen, Geld. So, dann fangen wir mal hier rechts an. Das ist eine wasserfeste Dose mit Streichhölzern drin. Und Reibeflächen ist eigentlich ganz gut, weil es natürlich dadurch wasserdicht ist. Ich habe da aber noch eine bessere Version, und zwar diese hier. Die ist zugleich auch größer, vor allem dicker. Die hat aber hier schon eine Reibefläche dran. Das ist natürlich gut, weil man da nicht erst das Ding rausholen muss. Falls die nass wird, sind hier auch nochmal hinter den Streichhölzern welche drin. Ja, und die Streichhölzer, das sind keine normalen. Das sind Sturmstreichhölzer. Also die sind auch bei starkem Wind, wenn man irgendwas anzünden muss, eigentlich nicht auszukriegen vom Wind. Da die mir nur hier, wenn das Ding zu groß sind, habe ich die meisten im Rucksack drin. Ja, dann Kaugummi ist ganz wichtig. Falls die Streichhölzer mal nass werden, ein kleines Feuerzeug. Dann für den Trangier, unbestreitbar mein Favorit, weil es eben damit sehr gut angeht, der Lightmafire Feuerstahl. Eine Taschenlampe, das ist die Fenix PD32. Nachteil ist, dass die mit diesen komischen Fotobatterien läuft. Die CR123A. Kommen zwei Stück rein. Halten eigentlich ziemlich lange. Wie lange kann ich in die Videobeschreibung euch mal reinschreiben, habe ich jetzt nicht im Kopf. Ist auf der hellsten Stufe, hat die 315 Lumen. Also die ist echt gut und die Batterien sind halt ein bisschen teuer. Da habe ich ja bei Amazon gesehen, da kriegt man 10 Stück von den Fotizellen für 15 Euro. Finde ich jetzt eigentlich, preise ich da nicht mehr als Problem. Das sind gerade mal 1,50 Euro pro Stück. Ja, dann Paracord. Kann man immer gebrauchen. Das sind glaube ich hier 5 Meter. Dann die EDC-Box vom Detlef von Bushcraft Essentials. Den Kocher kennt sicherlich jeder. Das Tolle ist einfach, dass man da genügend Wumms drin hat, um eine Tasse Wasser zum Kochen zu bringen, für Tee oder Kaffee. Dann hier hinten Kohletabletten, Desinfektions-Tücher, Brillenputztücher. Als Brillenträger kann man die auch immer gebrauchen. Ja, dann ein Edding. Kugelschreiber fürs Geocaching zum Locken. Dann ein Bleistift. Und das ist kein Druckbleistift, kein normaler, sondern ein Fallminenstift. Das heißt, ich drücke hier oben auf den Knopf und fällt unten die Mine raus, solange man sie eben braucht. Den habe ich hier drin, weil man den eben nicht anspitzen braucht. Und die Mine mit, ich glaube 3 Millimeter hat die, ist viel stabiler als die von so einem dünnen Druckbleistift. Ja, dann drei Ziehbänder, zwei Sicherheitsnadeln, Titanium-Spork. Dann das hier ist von Kingston, der Data-Traveler SE9 mit 8 GB. Das Tolle an dem USB-Stick ist, dass er komplett wasserdicht ist. Also man sieht das hier, das ist komplett eingeschweißt, die Technik, sage ich jetzt mal. Also den kann man auch mal in einer Hose vergessen und mitwaschen. Das macht dem nichts aus. Da sind die Daten wirklich optimal beschützt. Kann auch mal nass werden hier im Dings, ist also egal. So, dann hier zwei, ne drei Wattepads als Zünder für den Light My Fire Fire Stil. Und zwei Taschentücher in einer Tüte eingepackt, damit die eben nicht nass werden. Dann als letztes noch ein paar Zettel, Notizzettel, kann man auch immer gebrauchen. Und ja, das soll es gewesen sein. Finde ich jetzt, wie gesagt, mit gut 500 Gramm nicht sehr schwer. Das kann man im Rucksack auf jeden Fall verschmerzen. Und ja, für Anregungen, die ihr noch habt, was man noch reinpacken kann, was fehlt, was überflüssig ist, könnt ihr erst in die Kommis schreiben. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja, noch ein kurzer Nachtrag. Ich habe schon ein paar Videos inzwischen gesehen, wo sich Bushcraft oder Survival-Menschen ihre Sachen in kleine Lock-and-Lock-Dosen oder Tupper-Dosen packen. Mit der Begründung, dass es dann wasserdicht ist. Das finde ich, äh, okay, kann man verstehen. Ich finde die allerdings unpraktisch mit den EDC-Sachen, die hier jetzt drin sind, zu packen. Weil wenn man wirklich mal ganz unten an irgendwas ran muss, an Notizzettel zum Beispiel, muss man erstmal, was oben drüber liegt, alles rausräumen. Und hier reicht eben ein Griff einfach hinten rein. Und dann habe ich gleich den Zettel draußen. Muss also nicht alle anderen Sachen erst aus- und einräumen. Und ein weiterer Vorteil, wenn man mal das Ding aufmacht, hier ist alles fest, da kann nichts rausfallen. Wenn man mal die Dose irgendwie aufmacht und die fällt einem runter, muss man gleich alles wieder erst einsortieren und zusammensuchen. Ja, und da ich einen wasserdichten Rucksack habe, ist mir das eigentlich egal, wenn ich da im Regen laufe, weil die Sachen hier werden im Rucksack sowieso nicht nass. Das soll jetzt über wirklich gewesen sein. Bis dann. Tschüss! Tschüss! Tschüss!